Ja, was du hier siehst, das wurde gepflanzt von dem Freund, der hier gewohnt hat. Und das ist ein Concombre Lemon, also eine Lemon Gurke. Und das ist eine spannende Pflanze, die jetzt sehr schön herangewachsen ist. Und wie man sieht, die wirklich in die Höhe schießt und überall auch so schon kleine Gürkchen bildet. Ich dachte mir, ich gebe ihr nochmal ein bisschen mehr Raum zum Spielen und habe hier diese Bambusstangen gefunden. Und hier kann sie dann ganz schön entlang klettern. Das ist ja das Schöne bei diesen Pflanzen, da kann man so ein bisschen nachhelfen, auch wenn das gar nicht nötig ist. Aber damit kann man so ein bisschen die Richtung des Wachstums mitbestimmen. Und zwar geht das jetzt eben zu der Seite hin, nach oben. Und hier ist noch ein weiterer Pfeiler. Und da werde ich jetzt dafür sorgen, dass es eine Überbrückungsmöglichkeit gibt. Das geht dann hier rüber. Ich muss da schon ein bisschen beschäftigen, weil manchmal haben wir hier starken Wind und es wäre schade, wenn die abstürzt. Also mehr braucht man nicht zu tun. Die kluge Pflanze wird jetzt diese Geste annehmen und wird sich eben ganz wunderbar verbreiten. Einmal nach da, nach oben und dann hier einen Bogen bilden. Bogen bogen. Bogen. Vielen Dank.